Die Sporthilfe ist das wichtigste Moment im Jahr für die Sportgala ist das wichtigste Moment im Jahr für die Sporthilfe. Hier treffen wir uns alle, wir treffen Alte Athleten, Superathleten, die Spitzensportler von heute, Olympiasieger, Weltmeister und die treffen sich mit unserer Jugend, die wir während des Jahres unterstützen, also ist das ein bisschen das Treffen, die Sporthilfegala ist einfach ein Treffen, die Sporthilfegala ist ein Treffen, wir wollen von alten und neuen Sportlern und es gibt immer etwas zu feiern. Ich bin sicher voll stolz, dass ich so viel konstant bin in den letzten Jahren, das ist sicher nicht einfach, weil das Niveau im Viertel ist wirklich extrem hoch. Niemand schenkt dir nichts, also ich denke, ohne Sporthilfe wäre vielleicht jetzt gar nicht da. Im Moment sind wir fünf Kinder da oben gewesen, das ist sicher nicht leicht, also ich denke, das ist sicher fundamental für viele Familien, also können wir uns glücklich schätzen, weil es gibt es ja die Teamrollen, es gibt es eigentlich in ganz wenigen Ländern und wir sind uns davon, also können wir uns sicher glücklich schätzen. Ja. Ich bin schon halb wieder stolz, dass man gewählt wird als Sportler dieses Jahres, ist ja nicht selbstverständlich. Vielleicht wählt man nur, logisch auch für die Resultate, aber auch für eine Person, dass man gewischt, dass man einfach, dass man krass und wenig ist und dass man abtun schon selber nicht gestützt. Die Sporthilfe ist sicher wichtig für die Jungen nicht, dass sie finanziell unterstützt werden, vor allem, und dass sie den Traum oder die Passion, die sie haben, zum Sport einfach weiterführen können, weil es ist mit allem leichter, Sport gekostet einen Haufen und für die Eltern ist das alles schwierig, deswegen die Unterstützung von der Sporthilfe ist sicher ein guter Beitrag. Wir sind überzeugt als Hoteliers- und Gastwirteverband, dass die Sporthilfe Südtirol seit Jahrzehnten einen tollen Job macht und vor allem die jungen Athleten in unserem Lande, die hier draußen sind als Botschafter für unsere Urlaubsdestination, in besonderer Weise unterstützen, sodass wir uns auch berufen fühlen und wir danken, dass wir als Partner bei der Sporthilfe mitwirken können. Nr. 4 Nr. 4 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 1 Untertitelung des ZDF, 2020